Die Gerüchte und Fragen häufen sich. 200 Gramm sollen zurückkommen. Vielleicht habt ihr auch dieses Reel hier gesehen oder es auf TikTok gesehen. Hookaflow hat gesagt, sichere Quelle hat bekannt gegeben. 200 Gramm kommen zurück. Das ist leider so erstmal nicht richtig. Also es scheint wohl so, als hätte Brohood, das ist ein Tabakhersteller, einen Kontakt zu jemandem beim Zoll und der hätte gesagt, das kommt safe wieder. Und der scheint auch vertrauenswürdig zu sein und keine Scheiße zu erzählen. Aber der Zoll macht nicht die Gesetze, der Zoll setzt die Gesetze nur um. Und das ist auch das große Problem. Das heißt, es gibt noch keine genauen Hinweise darauf, ob 200 Gramm wieder kommen soll. Dass 25 Gramm geisteskrank gefloppt ist, das ist ohne Frage einfach so. Der Schwarzmarkt boomt, keiner kauft mehr die normalen 25 Gramm oder sehr, sehr wenige kaufen 25 Gramm. Es gibt Alternativen, wo Pfeifentabak hergestellt wird, was die Leute dann mit Glycerin mischen, was auch nicht so erlaubt ist und man noch eine Steuererklärung abgeben muss. Und jetzt kam auch noch eine E-Mail vom Wasserpfeifenverband, in der ganz klar gesagt wird, es war eine Klarstellungse-E-Mail. Und im zweiten Satz heißt es da, in einem Gespräch am heutigen Nachmittag mit einem Vertreter des Bundesministeriums der Finanzen wurde uns bestätigt, fett gedruckt und unterstrichen, dass keine schriftliche Vorlage zur Änderung der Tabaksteuerverordnung vorliegt. Das heißt, der Wasserpfeifenverband, der nah an vielen, vielen Gremien ist, der nah mit den Medien zusammenarbeitet, hat noch keine Hinweise darauf, dass es da irgendwas Richtung Umsetzung gibt. Der Wasserpfeifenverband arbeitet dran, aber de facto haben wir noch nichts, was da drauf hindeutet. Und David, also Dölit hat schon ein Video gemacht, Schmidi hat schon ein Video gemacht und ich jetzt auch, weil die Fragen einfach andauernd kommen. Und um das ein für alle Mal zu klären, nein, es gibt keine de facto Hinweise, dass das jetzt in naher Zukunft kommt. Hoffentlich irgendwann. Wir wollen auch nicht die Spielverderber sein, Digga. Wir freuen uns alle, wenn 200 Gramm wiederkommt, weil auf die 25 Gramm hat keiner Bock. Wir freuen uns alle, wenn das passiert. Nicht falsch verstehen. Und wie ich es auch in meinem Kommentar hier geschrieben habe, ich will nicht der Spielverderber sein, aber solange es nichts Offizielles dazu gibt oder es durch die Gremien gelaufen ist, ist das halt noch gar nichts wert. Nicht falsch verstehen. Ist ein schöner Hoffnungsfunken, aber halt noch nicht mehr. Daumen sind gedrückt. Also Füße stillhalten. Noch gibt es nicht mehr als Gerüchte zu diesem Thema. Hoffen wir, dass es irgendwann in Zukunft die wirklichen News gibt, dass das Ding fest ist und auch zurückkommt.